Und aber jetzt bitteschön, Pause, Faden neu aufnehmen, jetzt kommt der Riese Simon Ammann, der vierfacher Olympiasieger, der Mann der jetzt nur noch gewinnt, der gar nicht mehr weiß wie verlieren geschrieben wird und der ist wieder in der Luft, der gibt sich nicht die Blöße, nein der geht, Chapeau, Chapeau, Chapeau und Simon Ammann, er schüttelt die Hände, natürlich war es wieder eine Hängekiste, 236,5, wieder neuer Schweizer Rekord, wieder Ammann, wieder der Schweizer, wieder Simon, wieder der Überflieger, wieder der Mann des Winters, meine Güte nochmal, es gibt keine Superlativen mehr für ihn, es ist ein Siegautomat und man weiß, nichts kommt eigentlich automatisch, alles muss erkämpft werden, der Herd, der drei Köpfe, der ist mental so stark, das passt ja alles nicht in einen Schädel rein. Oh, oh, Gerd, Mann! Das ist ja unglaublich, wie er da vorn bleibt und er hat es ja angekündigt, will vorn bleiben. Ja, hart am Wind, hart am Weltrekord, aber mein Gott, die Knie müssen doch Halleluja hoch, dieser Druck, der hier auf Ihnen lastet. Simon Ammann, das Einzige, was er in diesem Winter nicht erreicht hat, das ist die Vierschanzentournee zu gewinnen. Er würde sagen, Leute, es gibt ja noch ein Jahr, ich muss ja noch irgendwas aufheben und er genießt das Bad in der Menge.